Hallo und schön, dass du hier wieder mit am Start bist. Ja, im letzten Video haben wir uns mit den Spezial-Missionen auseinandergesetzt. Und diesmal geht's zurück zur Absturzstelle. Denn auch hier können wir weitere Bots einsammeln. Wenn wir das hier gemacht haben, reisen wir zurück in die verlorene Galaxie. Denn hier ist der Planet Bärstende Boxl. Auch hier gibt es erneut 5 Bots, was wir finden können und 2 weitere Puzzleteile. Und natürlich werde ich euch wieder exakt zeigen, wo ihr diese findet. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem wieder eine Timeline. So könnt ihr euch exakt das raussuchen, was ihr für euch benötigt. Ich wünsche euch nun hier viel Spaß mit dem Video. Und denkt dran, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, denn so verpasst ihr hier locker kein weiteres Video mehr. Bis dahin, ciao, servus, macht's gut. Bis dahin, ciao, servus, macht's gut. Bis dahin, ciao, servus, macht's gut. Bis dahin, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020